Hi, schön, dass ihr wieder bei uns reinschaut. Wir beschäftigen uns heute mit einem USB-Gadget. USB, den Anschluss kennt jeder. Jeder nutzt ihn wahrscheinlich sogar tagtäglich. Kein Anschluss hat so viel Bescheuertes, aber auch Sinnvolles hervorgebracht wie dieser Anschluss. Mini-Kühlschränke, USB-Raketenwerfer, irgendwelche Leselampen und weiß der Geier was alles. Aber heute schauen wir uns sogar mal was Sinnvolles an, nämlich diesen hübschen kleinen USB-Lüfter hier aus dem Hause Arctic. Das ist der Sam Air Light. Der Name selbst, vielleicht im November jetzt nicht so ganz passend. Allerdings, das ist ein sehr cooles Gadget, wo euch einfach ein bisschen Frischluft zufächert, wenn ihr es denn dann mal benötigt. Bei uns in Deutschland gibt es dann diesen hübschen kleinen USB-Lüfter zwischen 6 und 7 Euro. Kostet der im Grunde, es ist einfach nur ein Lüfter, allerdings nicht für eure Komponenten, sondern eben für euch selbst. Verpackt das Ganze in dieser kleinen Kartonage. Dabei ist auch noch so ein kleines Aufbewahrungssäckchen, wenn man den vielleicht auf die Reise in den Süden mitnehmen möchte. Das Coole an dem Teil ist jetzt, dank dem USB-Anschluss funktioniert der an sämtlichen Geräten, wo einen normalen USB-Port haben. Netbooks, Laptops, auch in größeren Tauern oder an irgendwelchen Hubs auf dem Tisch, alles überhaupt kein Thema, haben wir ausprobiert. Weiterhin jetzt mal ein paar technische Daten zu dem Ding. Läuft zwischen 900 und 2100 Umdrehungen. Lüfter ist stufenlos regelbar mit diesem hübschen Schalter hier, 92 Millimeter Mister im Durchmesser. Das ganze Design, schwarz-weiß, relativ dezent gehalten. Und damit ihr den Luftstrom immer richtig einstellen könnt, gibt es hier dann noch diesen coolen Schwanenhals dazu. Da könnt ihr das dann einstellen, wie ihr das möchtet. Und warum das Schwanenhals heißt, das zeige ich euch jetzt einfach mal kurz. Jetzt habt ihr gesehen, was ein Schwanenhals ist. Und jetzt machen wir einen kleinen Praxistest zu diesem hübschen Lüfter. Wie gesagt, hier kleiner Netbook, da funktioniert das Ganze wunderbar. Einfach einstecken, zack, und schon läuft die Sache. Kann man jetzt lauter oder beziehungsweise stärker drehen. Oder eben auch wieder leiser, wie ihr das eben haben möchtet. Eins möchte ich an dieser Stelle noch anmerken, ihr könnt das auch in Bus und Bahn benutzen. Allerdings schauen euch dann die Leute vielleicht ein bisschen komisch an. Ist zumindest mir so gegangen. Nichtsdestotrotz habt ihr dann immer eine frische Brise um eure Nasenspitze. Ja, ansonsten, das wäre es soweit mit unserem kleinen Testvideo. Ist ein sehr, sehr cooler Lüfter. Lautstärke vielleicht noch kurz. Maximale Drehzahl ist er hörbar. Wenn ihr ihn runterregelt, ist er nicht mehr so zu hören. Allerdings, da hacke ich jetzt dieses Mal gar nicht so drauf rum. Weil es ist ein Lüfter, der einfach Luft befördern soll, dass es euch ein bisschen kühl um den Kopf wird. Ansonsten, cooles Produkt. Für 6 bis 7 Euro. Meiner Meinung nach mal ein sinnvolles USB-Gadget. Wenn ihr jetzt mehr zu sowas erfahren möchtet, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Oder lasst uns wissen, dann besorgen wir uns noch mehr solche coolen und lustigen Sachen und machen auch ein paar lustige Videos noch mit. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt und bis zum nächsten Mal.